Manchmal habe ich ja einen dicken Kragen, manchmal auch nur einen dicken Hals. Aber dass es jetzt sogar jemand gibt, der sich hat den Kragen so dick wachsen lassen, dass man ihn sogar Kragenecks hat, das ist heute das Thema. Also wenn ihr mal so in Neuguinea seid oder Australien, da könntet ihr, wenn ihr Glück habt, auch mal eine Kragen-Echse finden. Vielleicht, da findet man die natürlich bei uns im Geschäft, aber ist vielleicht nicht so spannend, da suchen. Fahrt da mal hin und wenn ihr dann wirklich einen haben wollt, kommt einfach vorbei. Die Kragen-Echse ist eine interessante, meist Baum, Gebüsch, Versteck bewohnende Echse, die als super besonderes Merkmal den riesig ausgeprägten Kragen hat. Er guckt schon gleich ganz böse, wenn ich komme. Man kann jetzt noch ein bisschen Kragen sehen. Also er riecht sich nur ein bisschen auf, dass ich komme. Mehr aufregen möchte ich ihn wirklich nicht. Wir wollen ja hier eine Unterhaltungssendung machen und nicht Stress, weder für euch noch für mich, ja für mich schon mal gar nicht. Welchen Sinn hat der Kragen? Den Kragen haben wir gerade gesehen. Der Kragen geht dann offen, wenn die Kragenechse meint, da könnte eventuell eine Gefahr sein. Die Gefahr kann aber auch ein rivalisierendes Männchen sein, die sich begegnen. Und um zu zeigen, wie groß man ist, wie kräftig man ist, also ich habe ein paar Kollegen, die kommen ja auch immer einkaufen, da würde ich immer einen dicken Kragen beikriegen, wenn ich die sehe. Die blustern sich auch auf und wollen zeigen, wie groß sie sind und da steckt dann oft gar nichts dahinter. Bei der Kragenechse ist das im Endeffekt ähnlich. Das heißt, der zeigt, wenn er richtig Angst hat, seinen großen Kragen und alle, die ihm entgegenkommen meinen, der ist ja viel größer als wirklich. Der kann viel mehr, womöglich ist er super gefährlich. Und dann halten sie ein bisschen Abstand von ihm. Und ich glaube, dieser große Kragen hat ganz vielen Kragenechsen schon das Leben gerettet, weil sie sich gar nicht verteidigen brauchten. Der andere hat gesehen, oh oh, der ist viel größer, da gehst du mal nicht dran. So klein bleibt sie nicht. Das heißt, der Terrarium sollte schon wesentlich größer sein. In der Natur klettert er auch Bäume hoch bis ganz nach oben. Sucht natürlich immer Futtertiere, Futterinsekten. Natürlich auch, wenn er erwachsen ist, kleine andere Echsen, vielleicht sogar mal ein Vögelchen. Alles das, was er kriegen kann, fängt er sich. Die Kragenechse ist sehr schnell, sehr beweglich. Die kann sogar, wenn man ganz schnell sein muss, wenn die Flug ganz extrem ist, auf die Hinterbeine weglaufen. Das ist so der einzige Vorteil, den sie mir gegenüber hat. Wenn ich mich auf die Hinterbeine stelle, ja gut, da stehe ich oft genug. Aber wenn ich schnell laufen will oder wenn ich mal ganz schnell weg muss, dann nehme ich mein Moped. Da weiß ich, da bin ich mit ganz schnell weg. Wenn wir hier also die Kragenechse sehen, von der Farbe her, dieses bräunlich-gräulich-melierte, ist natürlich super, wenn man am trockenen Baumstamm hängt. Deshalb, die lebt natürlich auch im Wald, kann es sich aber auch problemlos erlauben, am Waldrand zu leben, ja selbst in abgestorbenen Gegenden, wo, sag ich mal, der ganze Wald schon am Verrotten ist. Da kann sie sich aufhalten, ohne den Fressfeinden schnell aufzufallen. Das ist natürlich eine super, super tolle Eigenart. Kragenechsen kann man eigentlich so wie alle Echsen, wenn sie jung sind, prima in der Gruppe halten. Dann vertragen die sich auch. Aber wenn die heranwachsen, dann sieht man auf einmal Unruhen im Terrarium. Das heißt, da bilden sich Lager. Die Weibchen sind also oft sogar in Gruppen zusammen oder ziemlich in der Nähe. Und auf einmal merkt man, dass das Terrarium nicht mehr der Ruhepol ist, sondern die Männchen, die kommen langsam in das Paarungsalter und versuchen also erst durch leichtes Wegbeißen, den Bruder wegzubeißen. Später aber, dann wird der Kragen, der kommt dann voll zur Geltung und die stellen beide ihre Krägen auf. Weiß das Kragen? Kragen, ne? Stellen beide ihren Kragen auf. Falls ich falsch bin, schreibt er mir das. Stellen beide ihren Kragen aus, bedrohen sich, drehen die Köpfe zueinander. Der Schwanz peitscht dann dabei. Das ist also ein Ereignis. Das ist natürlich super, super spannend. Also als er sagt, wachsendes Tier, halb Meter, 60, 80 Zentimeter große Tiere, kann das ganz böse Biss, Verletzungen geben. Tut das lieber nicht. Aber wenn die so klein sind und man sieht ja das erste Mal, das ist schon eine super aufregende Geschichte. Haltungscheck. Ein Haltungscheck geht natürlich nicht um die kleine Kragenechze. Denn dann ist er nicht mehr wie diese hier mit Schwanz vielleicht 30, 35 Zentimeter, sondern dann sprechen wir über 90 Zentimeter. Den können wir natürlich nicht in so einem kleinen Terrarium halten, wie hier, sondern da ist also schon angesagt, Meter zwanzig breit, Meter tief, als unterste Grenze, zwei Meter hoch. Praktisch ist das, man baut sich einfach ein Terrarium mitten in den Raum rein, geht bis oben unter die Decke, vielleicht eine schöne Ecke, wo kein Durchzug hinkommen kann. Und dann kann man natürlich ein super tolles Terrarium machen. Fressen tun die natürlich Insekten. Wenn die größer sind, geht auch mal ein Mäuschen. Aber wir verfüttern natürlich keine lebenden Mäuse. So weit kann man problemlos gefroren einkaufen. Haltung. Eigentlich Einzelgänger, wenn sie erwachsen sind. Aber ein Männchen mit zwei Weibchen verträgt sich im Allgemeinen. Zwei Männchen zusammen im Allgemeinen nicht. Das heißt also, ein Männchen, ein Weibchen, zwei Weibchen. Weibchen vielleicht ein bisschen älter als das Männchen. Dann ist es auch kräftig genug, um sich auch mal ein bisschen zur Wehr zu setzen. Es gibt ja auch mal, bei euch zu Hause sind ja auch immer mal Ehestreitigkeiten, haben die dann auch schon mal. Und deshalb aus dem Grund ein bisschen kräftiges Weibchen. Ihr wisst schon. Wasser sollte in keinem Terrarium fehlen. Er darf auch mal eine Wanne stehen. Baden zwar relativ selten, aber hin und wieder gehen die Tiere auch gerne mal ins Wasser. Versteckplätze sollen auf alle Fälle da sein. Temperatur in der Sonne. Das heißt also in der UVB-Lampe auf dem Punkt, wo er hinleuchtet, maximal 40 Grad. Terrarientemperatur sollte nicht unter 20 Grad sein. Und bitte nicht ein Zimmer nehmen, wo alle paar Minuten einer durchläuft, sondern wirklich die ruhige Ecke nehmen. Die Tiere könnten sehr schreckhaft sein und die Ruhe in der Ecke werden sie euch auf jeden Fall danken. Also im Haltungscheck haben wir ja gehört, wie wir die Tiere halten müssen. Das ist natürlich spannend, das ist interessant. Man braucht das angemessen große Terrarium dabei. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber wir haben ja auch gehört, man kann die zusammenhalten. Ein Männchen, zwei Weibchen. Man kann das oft nicht unterscheiden. Wie soll man sich denn jetzt verhalten? Ich hoffe, man sieht ganz kleine Jungtiere, zieht die groß und hofft das. Aber man sollte dann auch jemanden finden, der die überschüssigen Männchen hat. Mehrere Männchen zusammenhalten. Das wird einfach nicht funktionieren. Das wäre auch doof, das wäre auch für die viel zu stressig. Dann kriegen die also einfach so einen großen Kragen, so wie ich den gerade hatte, als ich den dicken Hals bekam, als sie gerade reingekommen ist. Auf so was haben wir keinen Bock. Den Stress tun wir den Tieren nicht an. Ich tue mir jetzt den Stress auch nicht mehr an. Ich mache jetzt Feierabend für heute. Ich denke mal, war wieder ein guter Film. Ihr schreibt mir das. Alle Fragen, die ihr noch habt, sehe ich dann. Ich beantworte die euch selber. Und jetzt gute Nacht und bis morgen.